Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Worum geht es hier eigentlich? Hier geht es eigentlich darum, um Photoshop zu erklären, um ein paar Workshops zu erklären, alles was mit Fotografie zu tun hat. Also schaut euch in Ruhe um. Wenn ihr Fragen habt oder irgendein Tutorial braucht, was auch Video sein soll, schreibt mich einfach an. Ich versuche es einfach so schnell wie möglich umzusetzen, so dass ihr schnellstmöglich davon lernen könnt und die Sache sofort umsetzen könnt. Also viel Spaß hier auf meinem YouTube-Kanal.